Hör- ... bei dir ist ja verständlich... Ja, mit einem... Eigentlich kann ich die Pistole... ... das Revolver kann ich eigentlich verkaufen, weil das Brauch's helfen hat. Aber die Muske hat halt gut Schaden rein und die Handgang... Ach, was denn Brauch's schon hat... ... die Pistole? Warum? Ich find's ein Phoenix Blaster, weil ich wie die abgeht... Ja, aber meine Quick Handgun ist besser. Das macht 14 Damage und schießt 5 mal so schnell. Doch. Die Phoenix Blaster ist nachher schneller und hat, glaube ich, 29 Damage. Ja, aber die Handgun hat halt Quick Handgun und bloß 8% Speed. Ja, die ist vielleicht schneller, macht aber trotzdem nicht zu viel Schaden. Ja, macht halt so... Die Handgun? Ich weiß gar nicht, was die Handgun ist. Das ist so eine silberne, normale Pistole halt. Boah, Harpien, stirbt einfach! Und droppt Federn! Dankeschön! Befehle es euch! Boah, ich hab jetzt echt eine Feder! So geil! So, so, so! So, so! So, so! So, so! So, so! Boobo war ein bisschen verregt. Da ging weit runter! Das ist bei ihm Standard! So! So, so! So, das ging von dem, was da ging! So, so! So, so, so! So, so! So, so! So, so... So, so! So, so! So, so, so! So, so! Wenn ihr wieder zurücklaufen müsstet, 3 Stunden auf dem Bus warten. Ich bleib da irgendwann runter, das ist mir egal. Ich engagier meinen Mut, dass er mich abholt. Wo geht ihr eigentlich hin? Ach so, du meinst beim Ausflug, also mir geht Grille. Ja, mir geht auch... nee, mir geht Pizza essen. Ja, mir geht dann irgendein Tee oder so. Wir gehen Pizza essen. Und da dann schon eher Bierlisch schlafen. Ja, auch Bierlisch. Wir müssen noch eins. Oh, stimmt ja. Ich will eins. Du musst vorbeikommen. Klar. Dann musst du zu meiner Oma runtergehen und ihr uns holen. Ich stelle jetzt deinen an. Tja, das ist der Preis dafür. Du musst dich bewegen. Ich stelle jetzt den Preis dafür. Guck mal, was du bei mir machst. Mach das auch wirklich nicht. Ach so. So, jetzt können wir sterben. Okay. Aber ich will gar nicht zu dir. Ich eins auch nicht, aber ich muss da nach hinten. Du bist bloß ein kühles Bier. Das war ein Reim. Du bist bloß ein kühles Bier. Weißt du... Weißt du, dass du da einen Cent noch machst? Das hat ja Pracht ohne Ende. Du bist ja auch nicht. Wir können ja gar keinen Trank dafür herstellen. Für was? Ah, einen Schwebetrank. Ach Scheiße. Das kennen wir ja noch gar nicht. Ja, weil wir einfach noch zu unerfahren dafür sind Ja, können wir schon machen, aber wir brauchen Fire Blasen und dafür müssen wir in die Hölle Tja, schade Und dafür brauche ich jetzt erstmal Oh, ohne Scheiß, ihr behinderten Magier Er geht mir so auf den Senkel, hey, ohne Witz Alter, ich will Einmal, dass es richtig gut läuft, guck mal, Philipp Ich bin jetzt das Todbild, ja Nicht nur das, ich kann auch nicht auf die schwule Kugel zugreifen Also das mit den Monstern dahin, wäre echt übertrieben Wieso? Ah, ja, natürlich Hast du mir wenigstens Position mitbracht, Bober? Ja, natürlich Also ganz obergästlich bin ich auch wieder nicht Los, mehr Also Leute, ich verpiss mich mal kurz, den Tolle Den Tolle Den Tolle Den Tolle Den Tolle Den Tolle Ich werde wahrscheinlich sterben Hoffentlich Ich werde jetzt erstmal noch mehr Spinnen werben Ich werde Sterben Aua So, ja Viertel, bei mir auf unserer Map Hab ich mal ein bisschen mit Kabeln und so rumgespielt Fuck Weiß Weiß, weiß nicht mein Weiß Zwei Ja, du hast schon Einmal ein bisschen rumgespielt Du hast schon deine Karte rumgespielt Das ist auch eh, Leute Oh, Pi, du bist so glücklich Ich kann mir gar nicht so rein Rochen Du stellst dir so was vor Iiiiiiiiiiiiiiiiiiii Bobo, du zweier Bist du echt Bist du echt nur 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 Krasst du wieder Ja, schon Du hast aber auch gerade gar nichts gemacht ja sterben ja ich will jetzt drücken die scheißskelette hook wie nur was ja schon das ist aber immer so dann wenn du ein grappling hook hast dann drobert ohne ende ich glaube bei uns so mit philips so versichert habe ich da kein holz da habe ich glaube drei oder vier hooks ich habe wirklich immer so ich glaube das machen die absichtlich du meinst du meinst du auch wenn wir dann noch mit dem drücken der spiel ja er kriegten er kriegt der erste spiel er war ja magio und dann sage ich ja krieg stundenhalt ich werde auch schon mal mein finden zu hoch was hat ich da schon vorstellt angetan kann wird das schon in der hartnode mt er war mir schon hartnode und er hat sogar schon in den kopf als gestohlen und komplette ausrüstung dann findet man ein Spiegel und dann droht er nach, findet man die nächste Uuuuuh Ich starte! Ich hab sogar danach zwei Spiegel gefunden Aha, Wurm Ich bin schon wieder tot Mach mal was, wenn ich nicht starte Der hat besser Mach's, gell? Hör dir mal den Zombie Der entschuldet mich die ganze Zeit Warum machst du da nichts? Ja, ohne Witz Und warum hast du da something gesetzt? Das war schon wieder so ne dumme Bobo-Aktion Kennst du den doch? Jetzt hab ich den ganzen rü-er Ding fest Höh? Höh? LET'S A GO! Iiiiit Das war jetzt echt dein Anst, oder? Wie zur Hölle hast du das gemacht? Indem ich cheated hab Hm? Indem ich cheated hab Barschen Ich will halt auch mal cheated Bitteschön, machst du da Wie hast du das gemacht? Hast du noch Linsen dabei gehört, oder was? Ich hab auch schon Oder scheiß ein Funde Ja, ich hab ne Kiste noch In der, in dem Karte-Teil Hab ja ein Funde Nochmal ne Frage, was machst du da? Wer? Ja, du zeigst dich in Hülle Wieso gehst du in Hülle? Ja, ich brauch's 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 Scheiße Wieso cheatet das auch, eh? Was? Das kann durch Winde Das kann ich auch, wenn ich viel getrunken hab Es ist aber auch nur in deinen Gedanken wichtig Weiß die Leber hättest du auch mir lassen können Ich hab nämlich am wenigsten Du Schweine Wer stirbt am schnellsten? Ja, du hast ja bloß 120 Leber, stimmt? Ja? Ich würde dir empfehlen, nicht auf meine Leber zu gucken. Ich würde schon mit 8 zu gucken. AHHHHH! AAUH! Ja, wundervoll wie nicht geht, das ist schwer wie die Sau da unten. Ach, bobo, du bist ja wieder gestorben, he? Ich komm da nie weiter! Und was machst du? Ja, ich? Ja, du bist unter Wasser. Ja. Was machst du unter Wasser? Ja, ich sag dir, ich versuche in die Toilette zu kommen. Ach, du versuchst. Das ist schon zu einfach. Ja, so können. Komm! Ja... Jetzt lagst du mich mal alle in Ruhe, bitte? Ja, genau gleich 4 von den Iskeletten übertreiben! wird am Anfang so ist er auch in der Stadt und so es wird ich habe auf jeden Fall eine gute Fahrmaschine für und ob sie gehen von mehr wo Wo ist das? Das ist MEINER! Los bauen ab und geben mir! Was denn? Was war das? Schon wieder zurück! Ich sterbe immer! Hätte ich mal 207, dann würde ich nicht mehr sterben! Doch, dann würdest du noch öfter sterben! Ja, aber ey, das... Nein, lass mich doch! Warte... Wir sind jetzt auf einem ganz synchronen Trip hier, gell? Was ist das? Was ist das? An... 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 Der ist nie wieder da, dann geh jetzt weg! Geh doch pisse! Nun ist ja auch mein Papier! Eine Mami! An... 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 Ich habe ein bisschen Probleme mit seiner Oma! Was? An... Probleme mit seiner Oma! Ach so! Aha, ich habe ein Bier trinken und darf jetzt gar nicht! Ach... Ah... Ah... Er wird da! Haha! Ah... Helb! Wernst du's dran geh hin? Nee, das ist ja auch mein Platz! Ich spreche jetzt eh nochmals eine! Ich habe so früh gesagt! Oh man! Er Peetest hasch jetzt eigentlich erstmal zwei gekauft? Jooo! Nooooo! Das ist nur ein Bubu, so ein Outsider! Buh, Bubu ist sowieso immer ne Outsider! Nee, ich hab's Lich da in den Falle. Mensch, bin ich gleich mit dem Falle. So. Ahahaiiiittitt. Das ist tot. Mensch, ich hasch des Teil! Ich bin tot, gleich. Nein! Nein, was hier? Oh, Mann. Hey, Max, hast du nur ganz viele Spinnwerber. Ich hab Sex. Mann, ich bin mal weitergekommen! Äh, die Schuhe sind in Temperaturen. Ja. Ey, Bobo, wartest du hier kurz bitte, dass du nicht, ähm, verreckst. Hier kurz wartest, bis ich wieder da bin. Okay? Ich war auf den Temperaturen. Was? Nein, du wartest bitte da, du musst jetzt hier kurz hinkommen und wieder den, äh, wieder das Teil hinbauen. Komm wieder zurück. Ich hab keinen Fall. Komm wieder zurück. Nein, da haben wir schon mal mehr zurück. Ja und, ist doch egal, jetzt komm wieder zurück und mach das kurz. Aber dich soll ich was machen? Was kriege ich? Jetzt mach's doch einfach, auf. Ja, ich brauch bloß nicht das Eisen ab. Bobo, guck mal, was ich schon wiedergefunden hab. Jetzt wirklich in der Hölle. Nein! Jetzt ist schon tot. Bobo, guck doch. Guck doch da. Nein, plötzlich, was? Schau mal, zweiter. Ach, ja. Ja, komm zu mir. Wenn zu mir herkommst, dann kann ich ihn dir geben.